Musik 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 Ah, hi Mathis Hallo Hallöchen Ja Ja Es ist ja oft kommt ja unverhofft Keine Ahnung oder ist es leer Ist noch beim Training Dirk hat sich nicht gemeldet Er hat wahrscheinlich vergessen Dass er eigentlich gesagt hat Er wäre heute Anleihen Wenig auf dem Sonntag Ja ja Training auf dem Sonntag Training auf dem Sonntag Training auf dem Sonntag So So was machen die So was machen die Also dachte ich dann fahre ich heute gleich mal so ein bisschen Gehen gucken ob ich noch ein Auto finde Hm Aber bis dahin mache ich noch eine neue Kiste Jo Ich muss mir jetzt erstmal was zu essen machen Mach das Ich hab mich schon vorgefasst Bis gleich Handwerk Gäste 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 Wie muss ich immer die Kiste suchen Gäste Gäste Baupläde. So, Skills wie Pilz. So, also, ich habe ja eben angefangen, Invit zu sortieren, aber, ja. Aber wir haben keinen Platz mehr. Definitiv nicht. Kann ja nicht schön reden. Ich muss jetzt wirklich mal eine neue Kiste noch bauen. Stacheldrahtseil. 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 Brauche ich noch hier noch einen Stamm. Okay. Oh, ich fange an einen Bart zu kriegen. Lustig. Warum habe ich aber keine Haare auf dem Kopf? Ich habe einen Bart aber keine Haare. Ja. Da ist ein richtiges Seil, das würde ich schon ungern dafür verwenden. Na gut, dann müssen wir noch eins machen. Okay, dann müssen wir noch eins machen. Okay. 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 Also da gibt es noch ein paar vehicle spawn platze mir ist ziemlich warm. Warte mal, wir laufen noch mal zurück. Dann nehme ich besser die Flaschen mit, oder? Können wir irgendwie die Getränke noch verstauen an einen anderen Platz? Dann könnten wir den Mantel nämlich ausziehen. Das ist aber nicht mal ganz so warm. Naja, überhaupt nicht verstanden habe, dass wir letztes mal das Fahrzeug repariert haben und es war danach nicht repariert. Du weißt, was der Lea da gemacht hat. Jetzt kommt die Flaschen. Und dann kommt die Flaschen. So, den habe ich zu spät gesehen. Nix von Interesse. Ah, da sind Häuser. Jetzt an dem Punkt. Ah, eine neue Axt. Äcklich. 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 verletzung ist schon feilt also hier könnten fahrzeug sein da ist aber ein zombie was zum nähen lappen nägel gehen immer Und Geld sowieso. Mit Zucker rüber. Oh. Hmm. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Das war's. Ein Schulranzen. Ein Schulranzen. Ich kann immer noch abschmeißen, wenn wir es nicht brauchen. Das ist ein Problem, ne? Der Nägel. Der Nägel. Hallo Schnuffels. Hi. Hallo. Na, Oberschnuffel. Na, bist du bei Scum drin? Ja, ich bin bei Scum drin. Ich bin auch schon im Dorf weiter gelaufen sozusagen. Warum? Das alleine. Das alleine. Ich bin total mutig heute. So. So. Knochenadel herstellen. Warum mag ich da jetzt hier alles? Äh. Wie soll es das nicht markieren? Hast du wenigstens ein Auto gefunden? Äh. Ne. So weit gehe ich noch nicht weg. Nicht? Nicht. Warum kann ich denn da keine Knochenadel raus machen? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja. Ich muss erstmal gucken. Ist mein Inventar voll? Ja. Mein Inventar ist voll. Ja. Äh. Äh. Ich habe auch die... Äh. Äh. Schubgare stehen lassen, weil ich rein, äh. Gucken wollte, ob ich ein Auto finde. Ja. Ich muss grad gucken, wo ich das ganze Zeug überhaupt hin tue, weil... Äh. Ich glaub drei Kisten sind... Äh. Ich hab zu wenig geworden. Ich hab noch mal, äh, Viertel gebaut. Ich hab jetzt eine Kiste gemacht, quasi für alles, was irgendwie... Werkzeug, etc. ist. Aber ich hab noch nicht richtig... Ich hab noch nicht alles umgeräumt. Ich hab erstmal nur... Vielleicht muss grad, dass ich irgendwas irgendwo hin tun kann. Ich hab auch Bolzen und so ein Zeug hier. Hm? Äh. Reparieren. Ja, das wäre dann ein Hype in dieser Kiste, in der Neuen. Ja, ich hab's gefunden. Sehr schön, sehr schön. So. Boah, ich hab auch schon zwei Zombies auf dem Gewissen. Äh? Ja. So. So. Ja. Okay. So. Okay. So. 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 You did. So.